Mal gucken, es ist der 20.07. und wir drehen heute Episode 67 des Fußvideos. Also der Bänderriss, der dreifache Bänderriss, den ich einer lächerlichen Kleinigkeit zu verdanken habe. Und gucken wir uns mal an, wie sieht das Ganze nach 67 Tagen aus, alle drei Bänder ab. Auspacken. Willst du nicht erstmal den Fisch? Ja, den kriegen wir auch noch hin. Blup. Da, nimm meinen Krankenbruder. Kuckuck. Das ist wie bei Weihnachten, ne? Ja. Machst du das? Ja. Ja, hier alles geschwollen hoch. Das hier ist weich. Da fest. Naja, hier müssen sie wieder hin, ne? Hoffentlich wächst das wieder zusammen. Immer noch aufgebläht. Warte mal. Hier ist auch farbig. Immer noch farbig an der Seite. Knöchel nicht da. Aber hier. Das ist die festere Stelle. Ja. Na gut, das ist dann auch schon im weichen Bereich. Ja. Sehr müßig. Also, ihr seht es selbst. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Aber hier ist wirklich ein bisschen... Macht's gut. Alles gut.